I am free Wir sind die Zukunft. Woran ich glaube? Ich glaube an die vereinte Hoffnung. Ich bin Mascha Orel, habe immer noch Familie in der Ukraine, habe Familie in Israel. Ein Corona-Sympol sind im Bundestag. Es war großartig, es war epochal, hingesteuerte Teile eines Computernutzwerks zu sein. Wir kennen den Unterschied. Dann muss man doch blind sein, um das nicht zu erkennen. Und das ist per Definition nun mal Faschismus. Liebe Mascha. Liebe Markus. Vielen Dank, dass ich dich heute interviewen darf. Magst du dich bitte kurz mal vorstellen? Klar. Ich bin Mascha Orel, ich bin gebürtiger aus der Ukraine, dort als Teil der unbeliebten jüdischen Minderheit aufgewachsen, bin Tochter und Enkeltochter von Holocaust-Übelebenden. Ich habe immer noch Familie in der Ukraine, habe Familie in Israel. Und bin so durch meinen Hintergrund irgendwie anscheinend mit allen relevanten, derzeit relevanten Lebensbereichen in kompetente Berührung gekommen. Krieg in der Ukraine, Krieg im Norden und vor allem die diktatorischen Züge, die unsere Gesellschaft und unser Leben annimmt. Du engagierst dich für Frieden, Freiheit, Aufklärung und für Vernetzung. Das ist richtig. Magst du etwas darüber berichten? 2021 habe ich eine internationale Vereinigung von Holocaust-Übelebenden und ihren Nachfahren gegründet. Die heißt We for Humanity. Und mit dieser Vereinigung haben wir einiges an Aufklärung in der Tat betrieben. Wir haben aber auch Maßnahmen ergriffen, die uns damals hilfreich schienen. Vielleicht werden sie sich irgendwann mal als hilfreich erweisen. Das waren Briefe an alle relevanten Zulassungsbehörden der Welt. Ein schließlich Weißhaus, nicht als Zulassungsbehörde, aber dennoch als eine einflussnehmende Instanz. Wir haben dann auch Regierungen angeschrieben in mehreren Ländern und auch in Deutschland ganz explizit PAI und RKI. Wir haben uns der internationalen Strafanzeige in Den Haag angeschlossen und werden unter Beweisführung oder aber auch in manch einem Buch bzw. Journal zitiert. Wir klären auf eine andere Art und Weise auf. Wie Vera Scharaf sagte, sie sagte, ich bin zum Ergebnis gekommen, dass ich aus einem bestimmten Grund überlebt habe, nämlich um Menschen zu warnen. Es gibt einen gewissen historischen Auftrag aus meiner Sicht, jedenfalls für die Juden, die etwas aus der Geschichte gelernt haben. Und das ist dieser etwas andere Aufklärungsaspekt, mit dem wir unterwegs sind. Magst du noch etwas berichten über dein aktuelles Engagement? Mein aktuelles Engagement, es gibt so viele Themen, die mich beschäftigen, so viele Ideen, mir berstet der Kopf von Ideen andauernd. Ganz aktuell das Symposium in Berlin, da war ich dabei. Es war phänomenal. Es war großartig. Es war epochal. Und meine Sorge ist natürlich, ob es wieder mal im Sand verläuft oder ob wir es schaffen, daraus tatsächlich etwas epochales zu machen. Bislang ist es nur so eine momentane Aufnahme. Es waren wunderschöne zwei Tage. Entscheidend sind aber die Konsequenzen aus diesen Tagen. Was ich abermals erkannt habe, dass die AfD die einzige wählbare Partei ist im Rahmen des Parteisystems, solange es existiert. Ich habe da einige Abgeordnete persönlich kennengelernt. Ich habe ihre Hand und meine gehalten. Sie brennen für die Sache wirklich. Sie sind aufrichtig, sie sind authentisch. Und sie haben natürlich mit diesem Format, ein Corona-Symposium im Bundestag, die haben eine Plattform zur Verfügung gestellt, die einmalig ist, dahingehend, dass ihr YouTube-Kanal ja nicht ohne weiteres zensierbar ist. Das heißt, im nächsten Schritt ist es an uns am Widerstand, das, was dort vorgetragen wurde, einmalige historische Vorträge, mächtig, dass sie tatsächlich auch bekannt werden, dass die Leute vielleicht eine gewisse Unannehmlichkeit auf sich nehmen, durch sich an diejenigen wieder heranzutrauen, die sie schon mal abgestoßen haben. Denn es hat sich vieles verändert. Und vor allem, was sich verändert hat, es gibt ganz viele Menschen jetzt, gerade jetzt, die zweifeln, die sich auch überfordert fühlen, die sich im Stich gelassen fühlen. Ich glaube nicht wirklich, dass all die Impfgeschädigten auf einmal auf der Straße stehen, aber dass sie eine gewisse Unterstützung, eine gewisse Orientierung sehr wohl gebrauchen können. Und dieses Symposium bietet diesen Leitfaden. Es sind Erkenntnisse, aus denen man lernen kann. Es sind Erkenntnisse, mit denen man auch die Zukunft gestalten kann. Denn man hat dort ganz klar und deutlich gezeigt, es geht wohl auch um die Aufarbeitung. Und die Aufarbeitung ist notwendig, die ist ja noch nie stattgefunden. Deshalb sind das immer die gleichen integrierenden Parasiten, die unser Leben unmöglich machen. Aber die haben auch gezeigt, wofür das Ganze angedacht war. Und was man deshalb in Zukunft zu unterbinden hat. Nicht nur durch die Aufarbeitung, sondern vor allem durch eigene Positionierung mitten in diesem Desaster. Das ist ja ein humanitärer Desaster, in der wir gerade leben. Das ist das, was mich beschäftigt. Ich möchte dazu einen Beitrag leisten, so gut es geht. Es gibt jetzt den Vertrag von Syedit Bhakti mit englischen Untertiteln. Der muss dann verbreitet werden. Ich denke mal, dass dieses Erwähnen, die Erkenntnisse daraus, die Vorträge unbedingt internationalisiert werden müssen. Deshalb, wenn jemand jetzt Unterstützung bittet und sagt, komm, ich kann jetzt polnische Untertitel liefern. Ich kann jetzt mit meinem Netzwerk in Uruguay helfen. Dann, das ist das, was passieren soll. Internationale Verbreitung verbreiten außerhalb von unserer Blase, um eventuell die Zweifler noch mitzunehmen. Sie brauchen uns genauso sehr, wie wir sie brauchen, denke ich mal. Das ist das, was mich beschäftigt, dass dieses großartige Event nicht im Sand verläuft. Mich beschäftigt sehr, sehr das Thema Kinderschutz. Ich habe jetzt diese neuen Erziehungsmaßnahmen, nenne ich mal das, gelesen von der WHO, federführend mitgetragen von der Deutschen Zentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo es im Grunde genommen darum geht, dass unsere Kinder von klein auf für kriminelle abgerichtet werden. Ich finde es verstörend, dass auch im Widerstand, wenn ich das so ausspreche gleich, oh wow, das kannst du nicht sagen. Ob der Schock zu groß ist, ob Leute einfach sich mit dem Thema nicht befassen wollen, weiß ich nicht. Aber das ist nun mal da. Das beschäftigt mich sehr und ich denke mal, das ist eines vereinten Erfolgsbedarf, das auch auf irgendeine vielleicht meinetwegen schon in der Art und Weise bekannt zu machen. Aber ich weiß nicht, was daran so schwierig ist, wenn man das alles nachlesen kann. Das beschäftigt mich sehr. Ich bin sehr, sehr, sehr besorgt, weil ich das Gefühl habe, dass der Widerstand nach drei Jahren mit einigen wichtigen, strategisch wichtigen Schlachten, die gewonnen wurden, jetzt gerade der Begriff ist, den Krieg zu verlieren. Der Schock ist auch immer tief und groß, wenn ich sage, wir leben im Fortgeschrittenen. Faschismus? Wenn Leute sehr auf Symbole bedacht sind, wie braunes Hemd, wie weiße Anbinde, wie Schläger, die bewaffnet sind, Leute direkt auf der Straße zusammenschlagen oder auch umbringen. Das sind die Art und Weise, wie Faschismus ausgelebt wird. Das ist eine extreme Form. Aber ich versuche da immer ganz pragmatisch bei Semantik zu bleiben und es gibt eine klare Definition, das ist eine Gleichschaltung, die dadurch erreicht wird, dass alle tragenden Säulen einer Gesellschaft dem Diktat der politischen Exekutive untergeordnet sind. Und dieses Diktat auch durchsetzen oder exekutieren. Und wenn das noch nicht der Fall ist, wenn die Wirtschaft, Wissenschaft, Medizin, Justiz, Bildung, Kultur, sogar eigentlich Gottes Häuser dem Diktat der politischen Exekutive seit Jahren schon nicht unterstehen, dann muss man doch blind sein, um das nicht zu erkennen. Und das ist per Definition nun mal Faschismus. Begleitet durchaus von militanter Intoleranz für abweichende Meinungen. Es ist doch alles da. Es bekümmert mich sehr, dass auch der Widerstand sehr groß ist, das anzuerkennen. Das kannst du doch nicht sagen. Wir dürfen doch das tun. Wir dürfen doch das sagen. Here we go. Wenn wir dürfen, dann ist das Totalitarismus. Das ist Diktatur. Und im Augenblick, was mich mit so einer großen Sorge erfüllt ist, weshalb ich gesagt habe, dass der Widerstand, wenn möglich, gerade im Begriff ist, den ganzen Krieg zu verlieren. Der Krieg wird ja seitens Regierung gegen uns geführt. Und wir befassen uns mit dem hypothetisch anzunehmenden Dritten Weltkrieg, der dadurch ausgelöst wird, was jetzt im Nahost passiert. Ich denke, dass der Widerstand sich jetzt ganz mächtig, emotional manipulieren lässt. Und das sage ich wie jemand, der Familie in Israel hat. Und das sage ich gerade deshalb. Und da wird mir auch häufig zu privaten Unterhaltungen Gefühllosigkeit vorgeworfen. Das möchte ich mal auch geklärt wissen. Gefühle sind in mir drin. Damit habe ich zu tun. Das ist mein Problem. Emotionen sind draußen. Sie wirken. Da muss man dafür auch Verantwortung übernehmen. Und die Emotionen im Zusammenhang mit den Konflikten, die ja auch menschengemacht sind, sie sind das Öl auf das Feuer dieser Konflikte. Und das gießen wir gerade. Und die globalistische Agenda ist immer noch da. Die ist ja nicht weg. Die wird hinter dieser blutigen Kulisse umso erfolgreich, umso ungestört und umso schneller durchgesetzt. Der Widerstand ist sich gerade sehr einig darin, in falsche Richtung zu schauen, denke ich mal. Das beschäftigt mich sehr. Ich möchte Synergien schaffen. Ich denke mal, dass die AfD schon lange Teil des Widerstands ist. Das hat man sich mit diesem Symposium noch einmal bewiesen. Nicht viele haben Wahl genommen. Aber es gibt AfD-Politiker, die schon immer auf den Demos gesprochen haben. Da gehört auch Dr. Baum dazu. Herr Hönig hat gesagt, wenn man jetzt das Event verfolgt und sich die ganzen Vorträge anhört, er hat gesagt, der kommt zu jeder Demo. Und sei es nur zehn Leute. Das nennt man Widerstand. Und es gab eine Synergie, die funktioniert hat, nachweislich. Das war im April letzten Jahres, als die Impfpflicht verhindert wurde. Natürlich war der Widerstand massiv auf den Straßen, keine Frage. Aber ohne das Mitwirken seitens der AfD von innen. Wir haben von außen gewirkt, die AfD von innen. Hätte das nicht geklappt. Das war eine funktionierende Synergie. Und ich glaube, da sollte man auch aufbauen. Ich bin dafür, dass wir gemeinsame Aktionen mit der AfD versuchen zu konzipieren. und durchzuführen, die dann auch so funktionieren könnten, sollten sicherlich auch werden, wie das Verhindern der Impfpflicht. Das wäre etwas, womit ich mich sehr gern befassen würde. Natürlich nicht im Alleingang, aber ich würde gerne mal da ein paar Gedanken dazu machen und vielleicht dann auch einige Ideen in dem Kanal WeForHumanityCampaigns einstellen. WeForHumanity ist ein Kanal mit Informationen und WeForHumanityCampaigns ist eher ein Kanal, wo Call for Action sind, wo ich einfach Leute darum bitte mitzumachen, mit anzufassen und irgendwie mitzuwirken. Ich habe vor ca. einem Monat ein Interview gesehen bei BittelTV, in dem du und deine Tochter mit Roger gesprochen haben. Gab es daraufhin Rückmeldungen? Ja, es gab einige Privatnachrichten. Die Rückmeldungen waren positiv insgesamt. Es waren nicht wahnsinnig viele, muss ich dazu sagen. Ich denke, das Thema ist viel zu komplex, als dass man da jetzt irgendwie eine ganz klare Orientierung hätte. Menschen neigen dazu, Parteien zu ergreifen. Sie neigen auch dazu, politisch schreckt zu bleiben. Es ist mitunter so, dass Menschen durchaus im Einklang mit Mainstream hier agieren oder kommunizieren. Was eben das unvermeidliche Ergebnis der emotionalen Manipulation ist, die ganz gewiss hier ganz massiv stattfindet. Wir konnten so vielen Versuchen der emotionalen Manipulation widerstehen und hier konnte auch die Widerstand haben anscheinend nicht. Das Thema ist viel zu schockierend in ihrer Gesamtheit. Ich denke, dass die Bemühungen, die ganze Situation zu verstehen, vergeben sind. Das ist viel zu komplex. Ich behaupte, dass sogar die Menschen, die vor Ort sind, aber nicht politikerfin sind, das alles nicht erklären können. Die Darstellung, mit der man hier irgendwie zu Ergebnissen und sogar Empfehlungen zu kommen versucht, ist irrsinnig simplifiziert. Ich bin so weit involviert, wie jemand das sein kann mit Verwandten dort vor Ort. Und ich würde mir überhaupt nicht anmassen zu behaupten. Ich weiß ganz genau, was da passiert. Ich habe mir noch ein paar Begriffe aufgeschrieben. Was fällt dir denn dazu ein? Also ich lese mal alle vor. Nation, Glaube, Heimat, Geschichte, Zukunft. Nation, wieder mal bei Semantik bleiben. Nation, das sind Menschen, die auf einem bestimmten Gebiet leben, die auch eine gemeinsame Sprache haben, die auch eine prägende Kultur haben, vielleicht auch eine gemeinsame Geschichte teilen. So etwas wie Wurzel, Mentalität. Ich denke, was ich feststellen musste, weil ich so viel rumgekommen bin, was ganz speziell ist, ist der Humor. Die Witze aus meinem Land, aus meiner Nation, wo ich sage, Schenkelklopfer, da kriege ich mich gar nicht ein. Haben Menschen hier nicht verstanden, zunächst ja, und vice versa. Die Küche, die Gerüche, der Gesang, besondere Talente. Ich bin der festen Überzeugung, und daran ist nichts Falsches zu sagen, dass die Wurzel-Nationen besondere Talente haben, besondere Neigungen. Die Schwarzen rennen nun mal sehr schnell. Sie sind nun mal begnadete Tänzer und Musiker. Nicht alle, aber überrepräsentiert. Und das ist für mich eine Nation, und das ist für mich die Grundlage für die echte Vielfalt. Nur wenn jede Nation diese ganz eigenen Besonderheiten behält, dann gibt es eine echte Vielfalt. Das ist für mich eine Nation. Was mir aber zu diesem Begriff noch einfällt, in Bezug auf die deutsche Nation, das ist eine Nation mit dem gebrochenen Rückgrat. Eine Nation, die durch die Schuldkult weitgehend in ihrer Identität zerstört wurde und sich auch dagegen nicht wehrt. Das finde ich wahnsinnig schade. Das finde ich auch wahnsinnig falsch. Und ich würde mir wünschen, dass die deutsche Nation mit all dem Guten, was diese Nation ausmacht, besteht. Sie irgendwie noch am Gürtel fasst. Der nächste Begriff wäre Glaube. Glaube. Ich bin nicht religiös. Aber ich bin auch nicht ungläubig. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, an etwas zu glauben. Und während ich als Atheistin erzogen wurde, ich hatte ja nicht wirklich irgendwelche Alternativen. Religion ist das Opium für das Volk, sagte Wladimir Lischlenen. Ich habe dennoch etwas für mich erkannt während dieser Corona-Krise oder ich nenne mal das während dieses humanitären Desasters. Ich habe für mich eine besondere Wertigkeit von Religion doch entdeckt. Woran ich glaube? Ich glaube an die vereinte Hoffnung. Und ich habe endlich mal erkannt, weshalb Menschen im Augenblick der Verzweiflung, im Augenblick der besondere Freude oder Erstaunen doch zum Gott rufen. Das ist nicht einfach nur ein Fluss, gell? Die sagen doch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder, oh nein, bitte, bitte nicht, lieber Gott. Oder, oh mein Gott! Das ist immer nur eine Frage des Tonfalls, es ist Begeisterung, es ist Klage. Ich glaube, das ist im Grunde genommen tatsächlich ein Ausdruck der Hoffnung, dass es Hilfe gibt und woran ich glaube an eine vereinte Hoffnung. In der Tat, und das ist wahrscheinlich auch der Sinn des Gebetes, wenn Leute zusammen beten, dass sie im Grunde genommen ihre Hoffnungen, ihre Erwartungen bündeln. Nein, daran ist nichts falsch. Ich für mich als ein säkulärer Mensch, ich habe mein Gewissen zu einer Art Gottheit stilisiert und versuche einfach damit im Klaren zu sein. Und in unseren Briefen, wir haben ja ganz, ganz viele Briefe geschrieben, in der Tat, aufklärende Griffe, Briefe, Appele, Anzeigen, alles Mögliche, schreiben wir häufig, dass sich jeder eines Tages verantworten muss. Vor eigenem Gewissen, vor den Kindern, vor dem göttlichen oder vor dem wertlichen Gericht. Und da versuche ich einfach mit meinem Richter, mit meinem Gewissen gut zu sein, gut ins Bett zu gehen. Was fällt dir ein zu dem Begriff Heimat? Heimat ist sicherlich der Ort, an dem man geboren wurde, der Ort, an dem man seine ersten Schritte gemacht hat, seine ersten Worte gesprochen hat, die ersten Gerüche wahrgenommen hat, Gerüche sind das sehr prägend, das denke ich persönlich. Ganz klar, meine Heimat ist Ukraine. Ich liebe dieses Land nicht, so wie es jetzt ist. Dieses Land war auch nicht sonderlich gut zu mir. Sonst wäre ich nicht in Deutschland, letztendlich. Auch wenn ich nicht ausgewandert bin. Aber ich habe gelernt, in Deutschland zu leben, mehr als ich Ukraine liebe. Das muss man dazu sagen. Dieses Gefühl hält sich jetzt immer mehr in Grenzen. Immer weniger. Aber ja, Heimat ist doch der Ort, wo man erste Erfahrungen gemacht hat. Und das ist es, wo man als Persönlichkeit geprägt wurde. Meine Prägung ist, meine mentale Prägung, meine Werterskala ist sicherlich noch von dort. Nicht ausschließlich. Aber die ersten Dinge, die ich als wertvoll und wichtig für mich ausmachen kann, sie stammen von dort. Und das ist Heimat. Und da sind wir auch wahrscheinlich ein wenig bei dem Thema Nation. Ich glaube, das ist auch der Ort, wo du ein Teil einer Nation warst. Was fehlt dir ein bei dem Begriff Geschichte? Lüge. Seit den letzten Jahren, nicht erst seit Corona. In Corona hat sich das nur noch mehr verdeutlicht für mich. Wenn ich mich das Wort Geschichte höre, denke ich sofort Lüge. Ich wusste nicht, in welchem Ausmaße das Stimmen der Sieger die Geschichte schreiben. Aber das, was der Staat Israel eigenen Leuten angetan hat, ist für mich eine ganz, ganz brutale Erkenntnis. Auch da stimmt die Geschichte in mancher Hinsicht nicht. Und der Staat, der dafür gegründet wurde, um Juden zur Flucht zu gewähren, einen sicheren Ort zu gewähren, hat sich auf eine unwürdige Art und Weise verhalten. Und kann man sich den Vergleichen doch gar nicht entziehen. Und ein Rechtsanwalt, Enkel von Holocaust-Überlebenden in Israel, sagte in einem Interview mit TKP, nach all dem, was ich in Israel in den letzten drei Jahren erlebt habe, kann ich die Deutschen damals verstehen und ihnen vergeben. Was fällte ein bei dem Begriff Zukunft? Bei dem Begriff Zukunft fällt mir ein, entweder oder. Es steht wahnsinnig viel auf dem Spiel. Und es gibt nur noch uns. Im Sinne, es gibt nur den Widerstand, der jetzt aktiv ist. Ich denke mal, dass die Erwartungen, dass da irgendwie noch massenhaft Leute zur Unterstützung kommen, diese Erwartungen werden nicht erfüllt. Es ist auch nicht schlimm, wenn wir das richtige Ziel vor Augen haben. Und wenn wir dieses Ziel gemeinsam, jeder auf seine Stärken fokussiert verfolgen, gut koordiniert verfolgen, brauchen wir nicht mehr als uns. Es gibt nur uns auch in einer anderen Hinsicht, in einer anderen Betrachtung, nämlich nur unsere Generation, vielleicht auch die Generation nach uns. Wenn wir das schaffen, dann ist gut, dann wird es ein lebenswertes Leben geben. Ansonsten denke ich mal, die künftigen Generationen brauchen uns nicht zu beschäftigen. Denn Menschen kennen nur die eine Normalität, in der sie geboren sind. Und für mich war das Leben in der Sowjetunion auch gewissermaßen normal. Und wenn zwei Generationen von jetzt Kinder geboren und dann werden und dann ein Teil des Internets der Körper werden, dann ist das ihre Normalität. Dann ist es ihre Normalität. Und die werden nicht sauber und glücklich sein. Für diese Generation, wenn sie nichts anderes erfahren, wird das normal sein. Wir, die den Unterschied kennen, zwischen Leben und Vegetieren, zwischen Freisein, naja, so frei, wie wir halt sind, und ferngesteuerte Teile eines Computernetzwerks zu sein. Wir kennen den Unterschied. Wir müssen heute die Zukunft schaffen. Es gibt nur noch uns. Genau. Die Zukunft kann schrecklich sein, oder sie kann das sein, was wir jetzt bestimmen. Nur noch wir. Also, um deine Frage kürzer zu beantworten, wir sind die Zukunft. Dann lieben Dank, Mascha, für die Teilnahme am Interview und für deinen unermüdlichen Einsatz. Nicht zu danken. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Untertitelung des ZDF, 2020